Musik 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 Was hängt im Urwald an den Bäumen? Urlaub Ja, fick dich Hahahaha Hey du Bo Bo, hör auf Musik Wie bringt man einen Hund dazu, zu miauen? Einfrieren und dann wird der kreisliche Leuchten Oh man, bist du auch auf der Seite? Nö, aber ich kenne die alle Ey, warum reise ich einen silamesischen Zwilling immer zusammen? Äh, warum reisen sie so gerne nach England? So, falsch, falsch Damit der andere auch mal fahren darf Ja, hab ich jetzt nicht verstanden Nächste Nummer vor Warte, ich lasse mal genau vor Oh, so lustig weiter nicht Ähm Jetzt hör mal auf, ich will ja eigentlich nur hier raus Woher gehört denn ihr Helm? Meiner Jetzt gehen wir nicht auf den Sack Warte, ich hab auch noch einen Warte, ich hab auch noch einen Warte, ich hab auch noch einen Was macht der Clown im Büro? Wachsen Ja Geh nie tief ins Wasser, weil es da tief ist Was denn? Ich hab auch ne einen, warte Ähm Kanntet ihr den noch nicht? Nee, warte Kommt der Enkel zu Opa und sagt Opa, erzähl mir von Tschernobyl Daraufhin meinte der Opa, also gut Lange, sehr lange ist es her, mein Junge Und streichelt dem Kind zuerst den einen und dann den anderen Kopf Wie heißt das Reh mit Vornamen Kartoffelpü Was ist weiß und stört beim Essen Eine Lawine Oh, pass auf Pass auf Kommt ein Einearmiger in ein Second-Hand-Geschäft Ähm, warte Was ist frech? Wenn man eine schwangeren Frau trifft und sagt Hallo zusammen Was ist pervers Wenn man beiden die Hand gibt. Was sucht die Blondine im Meer? Leonardo DiCaprio. Was macht eine Esri mit Frau auf einer Eisscholle? Abtreiben. Was macht eine Blondine in der Hüste? Staubsaugen. Sagt Abraham zu Bebraham kann ich mal deinen Zebra haben. Pass auf. Der Gast zum Keller. Zum Kellner. Der Gast zum Kellner. Zahlen. Der Kellner zum Gast. Buchstaben. 1, 2, 3, 4. Ne, ne. Ups, hab falsch vorgelesen. Nochmal. Der Gast zum Kellner. Zahlen. Der Kellner zum Gast. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Pass auf. Warte, ich hab auch noch einen. Warum sitzen in Konzerten die Glatzköpfe immer in der ersten Reihe? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch was zum Klatschen haben. Ich hab auch noch einen. Pass auf. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Der ist schon alt. Der ist alt. Der ist alt. Sehr alt. Warum haben Männer nie Cellulitis? Na, weil das scheiße aussieht. Was ist 20 Meter lang und stinkt nach Pipi? Eine Polonese im Altersheim. Was ist das hier vor dem Portal? Alter. Der ist gut. Wie nennt man jemanden, der ein DIN A4 Blatt scannt? Skandinavier. Naja, Skandinavier. Scan. DIN. A. 4. Wenn man es liest, sieht man es eher. Hoppala. Der war richtig gut, Leo. War ja ein richtig guter Witz. Ey, der ist geil. Naja. Wenn ich den erstmal klären muss, ich hab's nicht dran... Boah, der ist schlecht, Alter. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie Angst vorm Kater haben. Hahahaha. Hahahaha. Was war das? Hahahaha. Jojo. Geil. Jojo. Johannes. 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 Kann ich eine goldene Karotte haben? Und zuhause? Ja. Eine. Ich bin nicht hier und muss ich hingehen. So. Wieso kann ich nicht mehr spielen? Wollen wir trotzdem jetzt schnell das Feuerwerk? Haben wir schon. Das Feuerwerk haben wir schon längst gemacht. Scheiße, mein Spiel geht nicht mehr. Mein Spiel geht nicht mehr. Ja, jetzt wird kurz ein schwarzen Bildschirm, aber gleich geht's weiter. Nein, mach einfach einfach das Thumbnail rein. Dumm, 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 dumm. Komm. Doch. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Oder, dumm, 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 dumm. Ein Clip, wo ein Vogel in einem Typen in die Eier fliegt! Dumm, 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 dumm. Bei der B broch accounts for what damn, dumm, 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 dumm dumm. dumm, so Danke Ihr wurdet durch mein musikalisches Talent sehr gut unterhalten in der Werbepause Ja, das geht, funktioniert alles nicht, das ist kaputt hier Was ist kaputt? Oder schreibt irgendwo in Werbung oder so, äh, Werbung Das ist schon vorbei Aber ich wollte das auch mit erleben Das ist doch schon ein Creep-Explosion, alles LOL, was sind wir bei meinen Kühen los? Oh, wer hat denn hier die Tür aufgemacht? Das war Nico Ihr Scheiß-Wixler Nein, ich hab die nicht aufgemacht Ihr Scheiß-Wixler, ich fick euch alle in den Arsch Was hat der gesagt? Ich kann mir das übelst gut vorstellen, wie Leo einfach ankommt, äh, die Hose von dem anderen drunter zieht und dann rein der Mod Hahahaha Hahahaha Würde ich nie machen Guck mal, Jojo, wie schön Ey, Leo, hier sind überall Kühe Ja, ach nee Warte Ja, ich töte die gerade alle Nein! Nein, ich bin überall Kühe Lass mich die killen, dann sind gleich noch Fleisch So, warte jetzt hier Verpiss dich! Nein! Du tötest die nicht! Hör auf! Bist du ein Bobo? Leute! Leute! Ey, das ist Johannes Leute, wie schnell der einfach rennen kann, die cheaten sich hier alles zusammen, das ist einfach unglaublich Hör auf! Leute! Niko macht erst mal neue Kühe, ja? Ey, ist das fair? Ey, das ist nicht fair! Ne, ist nicht fair! Okay Nein, nicht wegmachen jetzt! Ey, also, es steht schon fest, nächstes Season haben wir keine OP Ne, ihr habt nicht wieder OP Da müssen wir das einem... Da müssen wir das einem geben, der das auch verantworten kann Einen wie mir zum Beispiel Ja, ich hab's nicht verstanden, was wolltest du sagen? Wann... Es kommt einfach nicht an! Wir sind ganz minimale Kühe Lack mich! Nicht mal! Scheiße! Lackieren! Das versteht man wieder! Das versteht man wieder! Loll! Lackieren! So! Loll! Was denn? Wenn der gerade im Nether war, hier ist ein Skelett und ein Schwein Och Mann, wieso läckst du schon wieder hier? Und eine Kuh! Ja, ich wies... Geil! Ach du Scheiße!